Guten Morgen, na? Habt ihr ausgeschlafen? Ihr Penner? Ich bin original heute früh so aufgewacht Und mit noch bisschen Kruste in meinen Augen, so richtig abgef***t und widerlich Weil ich war gestern den ganzen Tag wandern mit nem Homie und der ist einfach fast die Berge runtergefallen Real talk, aber naja, das ist ne andere Story Warum? Wieso macht sie das? Wieso steigt sie nicht einfach über den Schlauch? Hä? Das macht wirklich gar keinen Sinn, was geht denn bitte in ihren Kopf ab? Food time Was für food time Für den Typen, der das gemacht hat, heißt es jetzt Endkampf, weil wenn seine Mutter das sieht, verwandelt sie sich in einen Endboss und macht es sich zur Aufgabe, ihn auseinander zu fetzen Was hat er mit dem Ofen gemacht? Was hat er ja überhaupt vor? Das war doch klar, dass der komplette Ofen auseinander zerbombt dabei Don't ever let him cook again Und wieso war die Pizza überhaupt noch in Plastik? Hä? Naja, immerhin ist die nicht runtergefallen Bro, was war das bitte für ein Prank? Der wird nie wieder irgendjemandem helfen Er dachte sich, yeah, komm, eine gute Tat heute, ich rette den mal vom Ersticken und dann Das nächste Mal, wenn jemand wirklich vor ihm erstickt, guckt er einfach nur zu, weil er denkt, dass er wieder geprankt wird Gottlos, wirklich Das ist der Grund, wieso Leute heutzutage Vertrauensprobleme haben P.U.V. Ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen, auch er morgen früh V.V. Ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen, auch er morgen früh Ihr habt den Armen in die Hölle geschickt Der kommt ja niemals alleine da raus Stellt euch mal bitte vor, was bei ihm abging, als er aufgewacht ist Er ist gestern ganz friedlich am Abend eingeschlafen Denkt sich nichts Böses Und wacht morgens eingesperrt in der Couch Also wirklich in der Couch auch Wenn der Bray keine Panikattacke bekommen hat, dann weiß ich auch nicht Bestimmt sind die Jungs danach noch rausgegangen und entspannt was essen, während der Arme dort zwei Stunden um Hilfe schreit und eine Panikattacke nach der anderen bekommt Hilfe, stecke ich fest, Hilfe, 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 Hilfe Er hat einen Preis verdient, dafür, dass er die Gottverdammten Fahrradcops auseinandergenommen hat Das war wirklich das Beste, was man hätte tun können Und so wie ich die guten alten Schlawiner dort kenne, sind sie direkt im Volltempo hinterher gefahren, um diesen Verkehrs-Roadie zu stoppen. Die beiden Fahrradcops nehmen ihren Job ernst und verursachen immer wieder Unfälle. Geister Fahrer! Ich hab auf TikTok so einen Trend entdeckt, wo Paare so ein Bild von sich nehmen und dann diesen Alt-Filter von der Face-App drauf packen, um halt dann zu gucken, wie sie aussehen, wenn sie zusammen alt werden. Ihr checkt schon, ja? Bro, renn so schnell du kannst, nimm beide Beine in die Hand und verpiss dich, solange du noch kannst. Ach du heilige Scheiße! Mach sofort Schluss! Ach du heilige Mutter Maria! Wenn ein Mädchen aus eurer Klasse eins dieser drei Dinge macht, dann ist sie sowas von eine Dealer. Let's go! Okay, dann zeig mal her, du alter Playboy! Wenn ein Mädchen Period sagt, Digga, wenn ein Mädchen das sagt, dann geht es mir sowas an den Sack. Dann sagen die immer Period! Digga, was ist falsch bei dir? No joke, mit dem Punkt hat er aber schon irgendwie recht. Zweitens, wenn ein Mädchen mit ihren dummen Sachen flext, zum Beispiel, oh mein Gott, ich hab neue Fingernägel, wow! Oder, oh mein Gott, ich hab einen festen Freund! Oder, oh mein Gott, ich hab meine Period... Ja, oder... Oh mein Gott, ich habe 80 Millionen Energie in Rise of Kingdoms! Drittens, wenn sich Mädchen in der Pause oder im Unterricht schminken oder parfümieren. Beim heiligen Scheiß, wieso macht ihr das? Ihr verpestet das ganze Klassenzimmer! Digga, es stinkt einfach nur nach Scheiße! Eure fucking Deos und Parfüms, Digga! Warum macht ihr das? Und außerdem seht ihr auch ohne Schminkl genauso scheiße wie vorher aus, also... Jaja, ich weiß, was er meint. Und wenn auch nur einer ein Feuerzeug anmachen würde in diesem Raum, würde das hier passieren. Habt ihr so ein Mädchen in eurer Klasse? Schreibt's mal in die Kommentare! Bye! Gut, danke! Ich werd auf jeden Fall darauf in meinem Leben achten. Danke für die guten Tipps, Playboy69! Bruder, eine Welle und das ganze Essen liegt im Bach. Es geht dann förmlich den Bach herunter. Versteht ihr? Weil das Essen dann im Bach liegt und es wegschwimmt. Ja, ja, ja. Warum sieht diese Frau genauso aus wie Regenbogen von Jakari? Jakari, Jakari, Jakari. Eins zu eins, ich erkenne keinen Unterschied. 2.522 Kilometer. Sehen wir jetzt schon g'fahren. Bro, ich hätte hier was, was dir vielleicht helfen könnte. Braves Muppetzl. Und gar ne Schwierigkeiten. Er ist wirklich der Erste, der Walter Frosch Konkurrenz machen könnte. Ja, alles in Ordnung. Und er gebe es einen eigentlich verdient. So geht's weiter. Schönen Tag, habe die Ehre. Ach du Sch***. Ich hab gedacht, du bist irgendwie 90 Jahre alt und schon komplett verkrüppelt oder so. Aber du siehst original aus wie 30. Was hast du bitte in deinem Leben geraucht, dass du so enden konntest? Sie enden. Willst du erst mal eine durchziehen? Nachher. Ah, der heult, weil der jetzt einen Test schreibt. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Ich hab nicht gelernt für den Mathe 5. Klasse Test. Ohne Witz, ich fühl den Armen da sowas von. Ich hab früher auch immer gedacht, wenn ich diesen einen kleinen Sch*** in der 5. Klasse verkacke, ist mein komplettes Leben am Arsch. Und aus mir wird nie was. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Verdammt geile Kettenreaktion. Aber wieso? Also was war jetzt der Sinn? So, also cool, cool. Ja, du hast einfach den Table geflippt. Geiles Video, Mann. Ihr kennt doch alle diesen TikTok AI-Filter, wo ihr so ein Bild habt und die das dann halt in irgendeine coole AI-Version ändert. Sieht ungefähr so hier aus. Und ja, schaut mal, was bei dem Kollegen so rauskam. Oh mein Gott, diese TikTok AI ist gottlos unterwegs. Holy Sch***, ist das ehrenlos. Der Arme wollte doch nur ein cooles Video von sich machen und wurde so behandelt. Was ein Disrespect. Neulich auf so einem Autotuning-Treffen bin ich auf das hier gestoßen. Holy Sch***, gott a fountain. I just walked up to it. It's got f***ing fish in it. Imagine when this fool's barreling down there is the 805. This shit is... This shit is gonna be flying. Was? Wie kann man einen Teich mit fließendem Wasser in seinem Auto haben? Und sogar Fische. Lebende Fische schwimmen da drin. Andere Leute haben so dickes Soundsystem im Kofferraum und er hat einfach Ökosystem da drin. Und sag mal, was passiert eigentlich, wenn du mit 100 kmh über so einen Teil hier fährst? Oh mein Gott, das ist Taylor Swift. Oh mein Gott. Excuse me, I'm sorry. Are you Taylor Swift? Oh mein Gott. Can I take a picture? I'm so sorry for bothering you. Can I take a picture? Thank you. Moment mal. Das ist nicht Taylor Swift. Das ist Taylor Swift. Und wer ist das? Du hast komplett verkackt. Die Arme sieht ihr gar nicht ähnlich. Lass sie doch normal ihren Tag genießen. Was für Taylor Swift. Wieso musst du sie so abf***en? Die hat doch selber gar keinen Bock drauf. Los Kevin. Komm Kevin. Ja. Tor. Mach einen Jubel. Mach einen Jubel. Hier in die Kamera. Hier. Jubel. Ja. Ich hab am Anfang gedacht, er macht jetzt den Ribéry-Jubel. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubel. Lil Bro hat sich safe wehgetan. Er ist perfekt und straight auf dem Rücken gelandet. Und man sieht am Ende, wie er versucht, den Schmerz mit Lachen zu überspielen. Innerlich, er ist am Heulen, weil er denkt, er hat sich gerade den Rücken gebrochen. Erinnerung 9, 21, 2022. Okay, lass mal sehen, was du so für schöne Erinnerungen an diesen Tag hast. Das Besondere an dir ist, dass... Egal wie... Wow, 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 wait, 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 hold up. Was ist das denn? Alles gut mit dir? Sag mal ehrlich. Alles gut? Wieso? Also, ich check ja so, dass man seine Haustiere, so seine Katze oder Hund gern hat. Aber dein Pferd? Ähm, du hast das ein bisschen zu lieb. Das ist ein bisschen too much. Das geht einen Schritt zu weit. Das ist echt sass. Was soll das? Pferdemädchen at its best. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, aber Pferdemädchen sind irgendwie immer weird. Und wenn das nicht Beweis genug ist, dann weiß ich auch nicht. Did you shave your head and eyebrows off for a chance to win 2k? No, no. Alright, boss. Did you shave your eyebrows and head bald for a chance to win 2.000 dollars? 1 dollar 2k? Oha, er kann einfach zwei Racks gewinnen und muss sich nur die Haare dafür schneiden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet. 1 dollar 2k? I don't know. Yeah, it's a 50-50 shot. You have the cash? Komm schon, versuch dein Glück. Als ob du am Ende auf 1 Dollar landest. Das wird doch safe nicht passieren. The money's on them bro, so what do you think? For 1 dollar. Ähm, 50-50 shot. Let's do it. Yeah? Yeah, let's do it. Hell yeah. Let's go. Alright, let's get it brother. Oh shit. Okay, du siehst echt aus wie ein Haufen Müll. Wie ein geisteskranker Psychopath. Sogar mit diesen Augenbrauen noch weg. Du wurdest echt auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Das alles umsonst. Also nicht umsonst, er hat ja 1 Dollar bekommen aber. Scheiße, das ist safe. Einer der schlimmsten Tage in seinem Leben für ihn. Er hat sich innerlich schon ausgemalt, was er sich kauft mit den 2000 Dollar. Und jetzt bekommt er 1 Dollar. Was soll man sich damit kaufen? In den USA bekommst du ein Kaugummi dafür. Nicht mal so eine Packung, sondern nur ein Stück. In seinem Kopf ist das schon so hoch geflogen und dann so tief gefallen. Sogar noch in Münzen. Ach du Scheiße, wurde er gef***t. F für den armen Bruder. Hashtag Awesome Air. Hashtag Eating. Hashtag Yummy Food. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so schnell seinen Dürum vernascht hat. Was überhaupt für ASMR. Wer liegt abends im Bett, schaltet sich das ein und schläft dabei entspannt ein. Kaut die überhaupt? Was passt da alles rein? Sie hat persönliches Problem mit dem Dürum, das merkt man. Die will den einfach nur zerfetzen und vernichten. Eine Minute 15 für dieses Monster-Teil. Wow. Bist du Single? Bekomme ich deine Nummer? Bitte, lass zusammen ein ASMR-Video machen. Und falls ihr Lust habt, dass ich auch mal so ein ASMR-Video mache, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Los, let's go. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Peace. 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 Peace.